Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Clean Code. Heute geht es um das Solid Prinzip Nummer 2, nämlich das Open Closed Prinzip. Open Closed steht für Open for Extension, Closed for Modification. Das bedeutet so viel wie offens, also es kann weiter erweitert werden, aber es muss dazu nicht verändert werden. Das heißt, ich mache jetzt mal ein wunderbares Beispiel, hat nichts mit Klassen zu tun jetzt, ein bisschen was natürlich mit Klassen, klar, aber was wir jetzt haben wollen ist, wir bekommen zum Beispiel eine Liste an Shapes. Shape ist eine Klasse von uns, wir sagen jetzt hier einfach mal Class Shape und irgendwas steht hier drin und wir haben diverseste Unterklassen, sowas wie Kreis, Quader, von mir aus 2D und 3D Körper, alles mögliche. So, und was man jetzt hat, ist folgendes Problem. Also, wenn ich hier habe, ich habe eine Liste an Shapes, ähm, for Shape S in, also wie gesagt, diese Shape Liste von mir aus, habe ich jetzt hier und für jedes einzelne Objekt davon möchte ich jetzt was machen. Und zum Beispiel, was gut wäre, also was wirklich ein sehr sinnvolles Konstrukt wäre, wäre einfach S.draw zu schreiben. Das bedeutet für mich, ich zeichne jedes einzelne Objekt oder jede einzelne Shape, die ich in meiner Shape Liste drin habe. Was schlecht wäre, wäre, wenn ich jetzt hier eben über den Typ wechseln müsste, das heißt, ich müsste hier Switch, äh, Type of, ups, Type of S. Und dann sage ich hier drin, hm, okay, falls das ein, ähm, falls das ein Kreis ist, machen wir, ähm, S.draw Kreis. Ups. Falls es ein, was auch immer ist, machen wir S.draw, irgendwas anderes halt. Und das wäre jetzt sehr, sehr schlecht, denn das wäre, Vererbung wäre da sozusagen überhaupt nicht vorhanden, aber es wäre natürlich auch kaputt im Sinne vom Open-Closed-Prinzip. Das heißt, was ich hier machen müsste, also jedes Mal, wenn ich alle Shapes zeichnen möchte, müsste ich jedes Mal hier dieses Switch Case erweitern. Das heißt, sagen wir mal, am Anfang, wenn wir unser Programm schreiben, haben wir hier nur Case Kreis und ansonsten haben wir eben nichts. So, und wenn ich jetzt eine neue Shape-Unterklasse hier baue, also ich baue mir, wir haben eine Klasse Kreis als Unterklasse von Shape und wir haben jetzt, wir bauen uns jetzt eine neue Klasse und zwar Quadrat, dann muss ich, ups, da muss ich hier jedes Mal, wenn ich so eine Vorschleife habe, wo alles gezeichnet wird, muss ich so ein Case hinzufügen und dann sagen, S.draw Quadrat. Und das ist natürlich absoluter Bullshit. So was macht keinen Spaß, wenn ich das wirklich jedes Mal machen muss, wenn ich hier eben so eine Vorschleife hier habe. Das muss ich natürlich dann auch mehrfach machen, denn ich weiß ja nicht, wo ich überall diese Vorschleife habe und jedes Mal, wenn ich ein Quadrat in der Hand habe, dann muss ich das erweitern. Ist ungünstig. Was man deswegen eben machen sollte, ist, die Klasse Shape hier oben, sollte euch eine Methode Draw zur Verfügung stellen, irgendwas machen, vielleicht auch nur abstrakt sein und jede Unterklasse sollte dazu gezwungen werden, ebenso eine Implementierung für Draw zur Verfügung zu stellen, dass ich hier nicht switchen muss über den Typen, sondern einfach sagen kann, S.draw. Und das bedeutet nämlich Open Closed. Wir können jetzt jedes Mal, wenn wir eine neue Shape reinmachen, haben wir überhaupt kein Problem, einfach eine neue Unterklasse von Shape erstellen und wir können sie wunderbar hier einbetten, einfach eine neue in diese Shape-List einfügen und sie wird automatisch überall gezeichnet. Das wäre Open for Extension. Also wir können hier neue Shapes hinzufügen, so wie wir gerade Bock drauf haben. Closed for Modification bedeutet, ich muss diesen Code hier nicht anfassen. Also das Open for Extension besagt quasi, ich kann hier neue Shapes erstellen ohne Probleme und Closed for Modification besagt, ich muss diesen Code hier eben nicht modifizieren, wenn ich jetzt hier irgendwas neu gemacht habe. Das heißt, ich bin da schön fein raus. Es wird automatisch sozusagen gemacht. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man hier richtig schön viel mit Objektorientierung arbeiten sollte, immer damit eben diese Fälle hier wunderbar funktionieren und ich natürlich auch noch sehr viele neue Sachen machen kann. Okay, soviel zum Solid-Prinzip Nummer 2, dem Open-Closed-Prinzip. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Nächstes Mal geht es logischerweise weiter mit dem dritten Prinzip. Gut, wir hören uns. Bis dann. Ciao.